Kapitel 2 Hogwarts Express Saros und Hermine schlenderten Hand in Hand den Strand entlang. Das taten es zum Abschalten häufig. Als die Mädchen noch klein waren, waren sie ihnen immer um die Beine gehüpft und gesprungen. Nicht selten waren sie danach völlig durchnässt, aber glücklich, mit vielen Muscheln in den Hosentaschen zum Haus zurückgekommen. Aber heute waren sie alleine. Aurora war nervös und spielte mit ihrer Katze. Sie freute sich auf Hogwarts' offizieller Zauberunterricht. Es würde wunderbar werden. Nicht selten ließen die Dinge geschehen, in der Regel unbewusst, wenn sie Kummer oder Sorgen hatte. Manchmal auch, wenn sie sich etwas über allermaßen wünschte. Eliza spielte, nachdem ihre Schwester sie aus dem Zimmer geworfen hatte. Kommst du morgen mit zum Zug? Fragte Hermine ihren Mann. Lust auf die Eltern, die einen womöglich ihre Kinder besonders ans Herz legen wollen? Habe ich nicht. Knurrte er und dachte genervt an die fordernden Eltern, die ihn belagerten, sobald sie ihn sahen. Aber theoretisch könnten wir sie doch auch so entnehmen. Hermine lachte und schüttelte ihren Kopf. Nein, das geht nicht. Das weißt du auch. Die Zugfahrt ist immer etwas Besonderes. Selvors blieb stehen und zog Hermine an sich, um sie zu umarmen. Sie geht ab morgen nach Hogwarts. Es ging alles so schnell. Raunte ihr leise zu und legte sein Kinn auf Hermines Kopf ab. Hermine hatte ihren Kopf an Selvors Brust gelegt und seufzte. Oh ja, die Zeit mit dir und unseren Mädchen ist wie im Flug vergangen, stimmte sie hinzu. Deine Tochter freut sich schon, besonders, dass sie Teddy dann wieder öfters sieht. Selvors hob seinen Kopf und sah Hermine an. Ich hoffe, sie wird nicht enttäuscht. Es ändert sich nicht viel, wenn sie erst einmal Schülerin in Hogwarts ist. Fragen sah Hermine Severus an. Wie meinst du das? Zwischen menschliche Beziehungen. Wenn ich an Lily und mich zurückdenke, es war keine schöne Zeit. Ich möchte um Auroras Willen nicht, dass sich so etwas wiederholt. Hermine hob den Kopf von seiner Brust und sah Selvors aus liebenden Augen an, bevor sie ihm zärtlich über die Wange strich. Da haben wir leider keinen Einfluss. Wir können aber für sie da sein, wenn sie uns braucht. Es wird generell spannend, welchem Haus zugeteilt wird. Aurora vereint so viele Eigenschaften in sich, dass ich es nicht einschätzen kann, erklärte Hermine. Severus nickte zustimmen, bevor er erklärte. Sie wären Slytherin sehr gut aufgehoben. Hermine knuffte ihrem Mann. Das wäre sie ein grüffender ebenfalls, Mr. Schulleiter. Severus küsste seine Frau. Selbstverständlich. Es ist egal, welches Haus sie kommt, Hauptsache sie findet Freunde. Hermine lächelte Selvors an und nickte. Lass uns zurückgehen, meinte sie nun, wie man dann wünscht. Ungeduldig schob Aurora ihren Gepäckwagen durch den Bahnhof. Daddy, kannst du den Wagen nehmen? Ich kann nicht mehr schieben. Schau, ich bin ganz zittrig, meinte Aurora und sah Selvors bittend an. Wortlos ergriff er den Wagen und schob ihn weiter. Danke, Daddy. Aurora strahlte ihn an. Eliza ging an Hermines Hand hinter den anderen beiden her. Sie hüpfte und sprang gut gelauern. Als sie an Gleis 9,75 angekommen waren, sah Aurora ihren Vater an. Und jetzt? Selvors legte seinen Arm um ihre Schulter und beugte sich zu ihr hinab. Dann zeigte er auf die Mauer vor ihnen und erklärte ihr ruhig, was zu tun war. Aurora nickte verstehend. Ohne Schwierigkeiten durchschritt sie die Barriere. Dann folgte ihr Selvors und Hermine mit Eliza. Am Bahnsteig rimmelte es nur so von Schülern und Hermine erkannte das zum Erstaunen in den Augen ihrer Kinder. Komm, lass dich umarmen, mein Schatz, meinte Hermine und umarmte ihre Tochter. Mom, wir sehen uns doch gleich nachher wieder, mahnte Aurora ihre Mutter. Selvors grinste. Aber in Hogwarts gelten für alle die gleichen Regeln, ungeachtet dessen, wessen Kind man ist. Aurora sah ihren Vater an und nickte. Das weiß ich. Gut. Wir sehen uns zwar nachher, aber dann bin ich dein Schulleiter. Jetzt möchte ich als dein Vater einmal dich in den Arm nehmen. Erklärte Selvors gedehnt. Aurora ließ sich widerstandslos umarmen. Viel Spaß, ich hab dich ganz doll lieb. Raunte Selvors seiner erstgeborenen zu. Ich dich auch, Teddy. Aurora küsste Selvors Wange, als sie aus den Augenwinkeln sah, wie Teddy sich jernierte. Rory, ich hab schon auf dich gewartet, meinte erfreurig. Aurora löste sich von ihrem Vater, drehte sich zu Teddy um. Heute war sein Haar leuchtend grün, und wie immer stand es in alle Richtungen vor seinem Kopf. Teddy hier. Aurora umarmte ihn. Hallo Mr. und Miss Snape, meinte Teddy keck. Meinte Teddy keck, und Eliza sturbelte er gut gelaunt durchs Haar. Hey Zwerg. Ich bin kein Zwerg, dostierte Eliza. Teddy lachte und ergriff Auroras Hand und zog sie mit sich. Komm, du sitzt bei uns. Ich stell dir meine Freunde vor. Nach einiger Zeit öffnete sich ein Abteilfenster und Aurora sah hinaus. Hermine wischte sich stumm eine Träne aus dem Gesicht. Professor Snape? Selvors drehte sich um und blickte einem Seher seiner ehemaligen Schüler in die Augen. Mr. Wood. Grüßte er knapp. Lange nicht gesehen, Sir. Hermine drehte sich nun auch um. Ach, hallo Oliver. Oliver lächelte Hermine an. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Was tust du denn hier? Hermine sah zu Severus und dann zu Oliver zurück. Wir bringen unsere Tochter zum Zug. Oliver Wood schien erstaunt. Eure Tochter? Es ist nicht zu Ihnen vorgedrungen, dass Hermine meine Frau ist und wir gemeinsam Kinder haben. Hermine, fragte Severus leise. Oliver schüttelte den Kopf. Ich war lange in Amerika und bin mit meiner Familie erst seit drei Jahren wieder in England. Hermine nickte verstehend, bevor sie fragte. Und du? Tochter oder Sohn? Tochter? Alicia? Sie ist schon ganz aufgeregt. Unsere Aurora auch. Plötzlich schob sich Eliza zwischen Hermine und Severus. Mami, mir ist langweilig, erklärte sie nörgend. Als der Zug abfuhr, winkte Severus, Hermine und Eliza, bis der Zug außer Sichtweite war. Und jetzt bringen wir dich schnell zu James, okay? Eliza nickte und ergriff die Hand von Severus, der sie zum Haus der Potters apparierte. Aurora saß in einer Abteilung mit Teddy und weiteren Griffen der Jungen. Sie fühlte sich nicht wohl zwischen all den Jungen. Und Teddy scherzte mit seinen Freunden, während Aurora begann, sich überflüssig zu fühlen. Sie zog ein Buch aus ihrer Tasche und las. Das tat sie immer, wenn sie sich ablenken wollte oder Beschäftigung brauchte. Teddy fiel nicht auf, wie Aurora sich in ihrem Buch zurückzog. Und Aurora wurde traurig. Nach einiger Zeit im Zug steckte sie ihr Buch weg, stand auf. Wo willst du hin? Fragte Teddy plötzlich. Toilette! Antwortete sie knapp und verschwand aus dem Abteil. Irgendwie ist sie komisch, eine Spaßbremse, meinte ein Freund von Teddy. Teddy sah ihn an und sein Haar wechselte die Farbe zu flammend rot. Aurora ist total okay. Ihr werdet das schon noch merken, Jungs, erklärte er kraftvoll. Im Zug sah Aurora viele Kinder Karten spielen, zaubern oder einfach nur miteinander reden. Während sie nach hinten sah, blieb sie in ein Mädchen hinein. Es tut mir leid, entschuldige, meinte Aurora. Das Mädchen, ungefähr so groß wie Aurora, lächelte freundlich. Nichts passiert. Hallo, ich bin Alicia Wood. Sie reichte Aurora ihre Hand. Aurora lächelte sie erleichtert an. Hey, ich bin Aurora Snape. Möchtest du dich zu mir setzen? Ich kenne ja noch niemanden. Alicia sah Aurora hoffnungsvoll an. Aurora dachte an Teddy und ihren Platz in seinem Abteil und daran, wie viel am Platz sie sich gefühlt hatte. Ja, gerne. Aurora setzte sich zu Alicia. Ich bin so nervös. Mein Dad hat mir schon so viel erzählt. Hogwarts soll wahnsinnig schön sein. Aurora nickte. Das ist es. Alicia sah Aurora erstaunt an. Warst du schon dort? Aurora nickte. Ja. Aber das ist nichts Besonderes. Wirklich. Severus und Hermine schritten nebeneinander durch das Schloss. Vermutlich wartete die Lehrerschaft bereits auf sie. Als sie den heutigen Besprechungsraum betraten, waren bereits alle anwesend. Hermine setzte sich und Severus blieb an seinem Platz stehen, sahen die Runde, bevor er zu sprechen begann. Ich werde es kurz halten und zuerst Professor Steele begrüßen. Er unterrichtet ab diesem Schuljahr Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber diese Informationen dürften für sie ja keine neue sein. Das Weitere wird Aurora heute hier eintreffen. Ich möchte sie alle daran erinnern, dass sie zu behandeln ist, wie jeder andere Schüler. Keine Vergünstigungen, keine Sonderregeln. Und auch, wenn es mir als Vater schwerfällt, ich muss nicht alles wissen. Hermine sah Severus an und wusste, dass es zwar nicht alles wissen musste, aber sehr wohl wissen wollte. Jedoch war ihm klar, dass Hermine und er versuchen mussten, Aurora ein normales Leben auf Hogwarts zu ermöglichen, Auch wenn sie bereits zeitlebens eng mit der Schule verbunden war und ihre Eltern zum Diakörper gehörte. Er steigt gar nicht ganz gut sein. Immer mit dem reminden du sie bei den Klin odpow Dont! Go! Hölle memorier! Ich sehe die training in der Schule auch nicht. Und habt ihr einen eigenen美��다 sat πολfen wenn man,